Stellen Sie sich mal vor, ein Mann fährt eine Fahrradfahrerin an, und zwar um ins Gefängnis zu kommen. Denn dort erhofft er sich Nahrung und Medikamente zu erhalten, die er sich selbst gar nicht mehr leisten kann. Was jetzt vielleicht wie ein Fall aus einer etwas verrückten Strafrechtsklausur klingt, ist tatsächlich genau so passiert. Und das führt zu der Frage, ist dieser Mann jetzt wegen Mordes aus Habgier zu verurteilen? Der BGH sagt ja, und damit hat er eine Kontroverse ausgelöst. Wo die Probleme des Falles liegen und wie das Mordmerkmal der Habgier in solchen oder ähnlichen Fallkonstellationen richtigerweise ausgelegt werden sollte, habe ich untersucht. Mein Name ist Paul Krell, ich bin Professor für Strafrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht in der globalisierten und digitalisierten Risikogesellschaft an der Bucerius Law School. In dem untersuchten Fall ging es um jemanden, der aus lauter Verzweiflung einen anderen Menschen anfuhr, weil er ins Gefängnis kommen wollte. Er hatte vorher seinen Arbeitsplatz verloren und daher nicht mehr die Mittel, um an Nahrung und dringend benötigte Medikamente zu kommen. Im Strafverzug, so sah es sein Plan vor, würde er mit beidem gut versorgt sein. Der BGH meint jetzt, dieses Motiv sei als Habgier einzustufen und die Tat deshalb als Mord strafbar. Das erschien mir nicht nur im Ergebnis problematisch, viel auffälliger fand ich, dass der BGH dieses Ergebnis nur mit fünf ganz knappen Sätzen begründet hat. Das erweckt den Eindruck, der Fall liege an dieser Stelle klar. Alle bisherigen Stellungnahmen aus der Rechtswissenschaft haben aber der Entscheidung in puncto Habgier widersprochen. Wie kann es eigentlich zu so einer auffälligen Diskrepanz kommen? Natürlich kann der Grund einfach fehlendes Problembewusstsein oder unzureichendes Judiz auf Seiten des entscheidenden Gerichts sein, aber normalerweise ist die Antwort nicht ganz so einfach. Näher lag für mich die Annahme, dass die Habgier einfach unzureichend erforscht ist. Rechtsdogmatik ist einmal treffend beschrieben worden als Zwischenschicht zwischen dem Gesetz und der Rechtsanwendung. Mein Verdacht war, dass es um diese Zwischenschicht bei der Habgeschlecht bestellt ist. Meine Analyse der BGH-Entscheidung führte mich zu der Frage, ob, warum und inwiefern diese Zwischenschicht brüchig ist. Im allereinfachsten Fall liegt es einfach daran, dass man über bestimmte Teile der Rechtsordnung, hier in unserem Fall jetzt ein bestimmtes Mordmerkmal, schlicht zu wenig nachgedacht hat. In der Regel ist es aber wieder komplizierter. Bei der Habgier dürfte ein Teil des Problems sein, dass man vielfach offenbar davon ausgeht, jede Tötung erfolge immer aus Habgier, bei der es jemandem um materielle Vorteile geht. Das würde also bedeuten, dass es bei der Habgier, anders als bei vielen anderen Mordmerkmalen, keine oder nur ganz wenige Grenzfälle gibt. Das wird auch oft so gesehen und diese Annahme wird teils darauf gestützt, dass die Rechtsprechung in der Tat bisher kaum Grenzfälle zur Habgier entscheiden musste. Aber allein aus diesem Umstand lässt sich nicht einfach darauf schließen, dass es solche Grenzfälle nicht gibt. Meine Überlegungen kommen jetzt zu dem Ergebnis, dass es in der Tat um dogmatische Schwierigkeiten geht. Der BGH bezohnt zwar in ständiger Rechtsprechung gebetsmühlenartig, dass Habgier schon nach dem allgemeinen Sprachempfinden mehr sein müsse, als irgendein beliebiges Gewinnstreben. Er meint aber auch, es sei gewährleistet, dass Habgier nur in solchen Fällen angenommen wird, in dem das auch angemessen ist. Ich habe jetzt versucht nachzuweisen, dass und warum diese Annahme unbegründet ist. Ein erster Grund für meine Skepsis liegt darin, dass der BGH die Habgier vor allem über ein Kriterium einschenken möchte, das er selbst als Bewusstseinsdominanz bezeichnet. Habgier soll nur vorliegen, wenn das Gewinnstreben als Motiv dominiert. Und der BGH nimmt jetzt offensichtlich an, dass dieses Kriterium universell anwendbar ist, obwohl es in Wirklichkeit von vornherein nur auf bestimmte Fallkonstellationen passt. Die Frage nach der Bewusstseinsdominanz ergibt nämlich nur Sinn für solche Motive, die bildlich gesprochen, wenn man sich das mal vorstellen möchte, nebeneinander liegen. Und es versagt, wenn die Motive wie in unserem Fall hintereinander liegen. Und so kommt es dann zwangsläufig zu Ungleichbehandlungen, die kaum nachvollziehbar sind. Es wirken also letztlich zwei Probleme zusammen. Einerseits wird unterschätzt, wie problemträchtig grundsätzlich das Merkmal der Habgier ist. Und andererseits wird überschätzt, wie flexibel dieses Merkmal im Einzelfall gehandhabt werden kann, um zu angemessenen Ergebnissen zu kommen. Nimmt man jetzt neben der Entscheidung des BGH nur noch die erwähnten Stellungnahmen aus der Rechtswissenschaft in den Blick, dann zeigt sich schnell, dass die Problematik noch einmal tiefer liegt. Denn diese Stellungnahmen widersprechen zwar dem BGH im Ergebnis, die Kritik wird aber mit mehr oder weniger zufälligen Umständen des Einzelfalls begründet, der ja völlig kurios war. Ein Kerneinwand lautet, dass staatliche Strafe nicht kommerzialisierbar sei. Das ist ein etwas komplex klingender Leersatz, der vom Betrugstatbestand stammt. Einzelheiten interessieren gar nicht. Der Leersatz ist dort auch weitestgehend anerkannt. Die Frage ist nur, ob man ihn auf den Mordtatbestand jetzt einfach übertragen kann. Wenn man das tut, dann wäre Habgier zu verneinen, wenn der materielle Vorteil aus dem Strafvollzug und nicht aus der eigentlichen Tat stammt. Habgierig würde dann nur handeln, wer aus der Tötung selbst einen wirtschaftlichen Vorteil zieht. Ich habe große Zweifel, ob das überzeugend ist, aber das ist auch nicht der wesentliche Punkt. Denn selbst wenn man dieser Argumentation folgt, dann lassen sich immer noch leicht Fälle denken, auf die diese Argumentation ersichtlich nicht übertragbar ist, obwohl die Fälle ähnlich problematisch sind wie unser Fall des BGH. Zum Beispiel wird im Schrifttum schon länger der Fall diskutiert, dass jemand tötet, um Bargeld zu erlangen und dann mit diesem Bargeld lebenswichtige Medikamente für sein schwer krankes Kind zu kaufen. Die Argumente, die jetzt gegen unsere Entscheidung des BGH bisher erhoben werden, die passen hier nicht. Es überzeugt aber meines Erachtens kaum, im einen Fall Habgier anzunehmen und im anderen nicht, nur weil es dem Täter hier um Bargeld und da darum geht, ins Gefängnis zu kommen. Und damit drängt sich die entscheidende Frage geradezu auf. Warum argumentiert eigentlich niemand damit, dass sich bei einer derartigen Notlage nicht ohne weiteres von Gier sprechen lässt? Und wir erinnern uns, der BGH betont in ständiger Rechtsprechung, Gier ist nicht gleichzusetzen mit jedem beliebigen Gewinnstreben. Ausschlaggebend ist letztlich ein Strukturproblem, das an sich allgemein bekannt ist. Weil Mord zwingend zu lebenslanger Freiheitsstrafe führt, soll der Gesetzgeber abschließend entscheiden müssen, was Mord ist und was Totschlag. Nur so sei hinreichende Rechtssicherheit gewährleistet. Das soll gleichzeitig bedeuten, dass für richterliche Wertungsakte nur eingeschränkt Raum bleiben darf, selbst wenn das im Einzelfall ungerecht erscheinen mag. Es geht also um den ganz klassischen Konflikt zwischen Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit. Wenn man sich jetzt noch einmal näher im Schrifttum umsieht, dann stößt man durchaus auf einzelne Stellungnahmen, die sich dafür stark machen, Habgier in Notlagen zu verneinen. Dagegen wird dann eingewandt, dass so in zu weitreichendem Maße ausschlaggebend sei, wie viel Verständnis einzelne Gerichte, die mit ja auch sehr unterschiedlichen Menschen besetzt sind, für Notlagen aufbringen. Mit anderen Worten, die Rechtssicherheit würde also zu sehr gefährdet, wenn und weil man diesen Gerichten jetzt zu großen Entscheidungsspiel im Einzelfall belässt. Dass dieses Argument durchaus Gewicht hat, zeigt sich, wenn man an naheliegende Folgefragen denkt. Kommt es also beispielsweise darauf an, ob die Täterin oder der Täter selbst verschuldet in die Notlage geraten ist? Oder spielt es in unserem BGH für eine Rolle, dass der Täter relativ leicht staatliche Sozialleistungen hätte beanspruchen und sich dann Nahrung und Medikamente kaufen können? Und wie wirkt es sich aus, dass der Täter auch eine ganz andere Straftat hätte begehen können, die ihn auch ins Gefängnis und möglicherweise lange ins Gefängnis gebracht hätte, bei der er aber kein Menschenleben hätte gefährden müssen? Ich meine, das sind alles Fragen, die sich auf einer grundlegenden Ebene klären lassen. Dann verbleibt aber keine Rechtsunsicherheit und diese Fragen sind damit kein Grund, einer Person unter Berufung auf Rechtssicherheit, zwingend gieriges Verhalten zur Last zu legen und sie deshalb zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen, obwohl es bei der Tat letztlich darum ging, das Existenzminimum zu erhalten. Es ist das eine, eine generelle Weite des Gesetzes mit größerer Rechtssicherheit zu rechtfertigen. Aber eine Auslegung der Mordmerkmale, die aus strukturellen Gründen nur pauschal bestimmte Fallgruppen ausschließen kann und die so zwangsläufig zu willkürlichen Unterscheidungen kommen muss, schafft Probleme von ganz anderen Ausmaßen.